Hey Leute! Willkommen zu einer weiteren Folge Happy Wheels Heute mit den Leveln, die in dieser Woche am meisten gespielt worden sind Wir fangen mit... No Fake! Harpoon Run an Harpoon Run in the world Alotas Afik Ja, okay Hä? Was ist das denn? If you stand after walking, then you will dance Okay, und wie kann ich mich jetzt bewegen? Hallo? Hä? Was ist das denn für ein komisches Ding? Oh! Oh! Keine Ahnung wie, aber Ich hab's geschafft Was ist das? Aber ich wünschte Ich wünschte, ich wär in echt auch so ein Ding Das ist halt so ein unbeschwertes Leben Das rennt durch die Welt und alles was sich ihm in den Weg stellt, wird wahrscheinlich sterben Finde ich ein bisschen schade dass da bis jetzt noch nichts gekommen ist Hä? Das war's? Warum stellt man mir denn da keine Menschen hin? Und da läuft einfach weiter Das ist echt das komischste Vieh Was ich bis jetzt glaube ich in Happy Wheels gesehen habe Normalerweise kennt man das so dass man in irgendeinem Ding drin sitzt oder Ja, man hat ja noch nicht mal den Körper des des Typens gesehen der wahrscheinlich oben drüber schwebt oder so Ich weiß es nicht, aber ziemlich merkwürdig Ziemlich merkwürdig Harpoon Escape Was? Ah! Oh ja! Das ist cool! Das ist cool! Hier ist einfach mit Skit aufpassen! Und ich glaube ich hätte das überlebt wenn mich nicht das zweite noch getroffen hätte Komm! Oh! Oh! Da kommt man Ah! Okay! Wahrscheinlich wenn ich so getroffen werde, dass ich es halt überlebe Okay! Das war gut Tut dir zwar nicht unbedingt gut, aber Ich glaube trotzdem, dass das mich nicht getötet hat Ja gut Einmal festhalten und dann durchschwingen Komm! Hä? Ja! 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 Ich bin wieder am Anfang Ich hätte zwar gerade eine Harpune in mir, aber Komm! 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 Oh Mist! Die letzte musste mich dann ja töten Ach! Das sind sogar vier Oh man! Komm! Komm! Hä? Ich muss mich ja schnell wegbewegen Sonst Ich lebe noch Ja! Oh ja Leute! Der Aufprall hat wahrscheinlich mein Glück nicht gebrochen, aber ich lebe ja noch Angeblich Und Robeswing Und was bist du für ein schönes Level? Ach ihr wundert euch wahrscheinlich, dass ich schon seit großer Zeit keine GLP.TV Level mehr hier gespielt habe Das liegt daran, dass ich beim Bei der letzten Aufnahme und bei der vorletzten Aufnahme, also jetzt nicht direkt hier vor, sondern ist schon ein bisschen länger her Wirklich nur Level gefunden habe, die Die Kacke waren Der ganze Part Bestand eigentlich nur aus behinderten Leveln Und das ist nicht so gut Also wenn ihr wirklich euch Mühe geben wollt Und euer Level hier sehen wollt, dann Bastelt mal ein Level und die nächste Folge ist dann vielleicht wieder GLP.TV Naja kommen wir raus Och man Egal Probier ist halt einfach. Arla Juuu Ja Geil Geil Dann macht man Fake Schmerz Geräusche Und er merkt man Der Typ hatte sogar echt Schmerzen Nein Nein Kipp nach links. Nein, nein. Oh, das war perfekt falsch. Eben. Ich wollte mich ja gar nicht mehr festhalten. Was ist los? Das habe ich gar nicht nötig. Oh, nee. Hatt ich fest. Hatt ich fest. Nein, halt ich noch mal fest. Ja, geil. Das war perfekt. Das war einfach perfekt. Komm, 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 komm. Wie dumm das ist. Oh, finish. Ich habe es eigentlich geschafft. Ah, komm, einmal noch. Einmal noch. Ich würde es einmal reden. Ja, was heißt richtig schaffen? Das war ja richtig. War nicht unbedingt der offizielle Weg, aber es hat ja geklappt. Hä? Ah, okay. Er hält sich auf jeden Fall noch irgendwie fest. Einarmige könnte es halt auch schaffen. Und wieder durchgefallen. Na, egal. Egal. Vielleicht war das auch beabsichtigt. Klar, da hätte man noch irgendwie nach unten gekommen und dann erst nach rechts oder so, aber das ging ja, Leute. Das ging. Late from school 2. Oh, Timmy kommt zu spät zur Schule. Timmy kommt zu spät zur Schule. Schnell, beeindruckt euch. Schnell, beeindruckt euch. Hey, willst du Drohnen kaufen? Klar. Dad, schnell. Ja, geil. Der Vater sagt erst nur noch, ja, ja, klar. Gib mir ein bisschen was. Parcours. Okay. Dann noch irgendwelche Penner. Chuck Norris, bist du es? Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Hey, willst du Drohnen kaufen? Ja, klar. Los, geh weg. Fahr schnell, Vater. Parcours. Schönes Bein. Schöner Arm. Chuck Norris, bist du es? Ja, gib mir dein Geld. Tja. Ich habe natürlich Chuck Norris besiegt. Das ist eh so geil, dass er einfach so einen richtig merkwürdigen Ruf hat durch die ganzen Chuck Norris Witze. Was? Äh, oh nein. Oh ja. Ach, so kommt man in die Schule rein. Kommt der Lehrer auch so rein? Das ist eine komische Schule. Aber schön, wie Timmy sich unter dem Tisch versteckt. Und vorne sitzt noch ein weiteres Kind, was aussieht wie Timmy. Ein Zufall? Ich denke nicht. So, was geht hier ab? Deine Mörder. Not easy challenge. Ja, das nehme ich. Das nehme ich. Hä? What the fuck? Als ob? Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, okay. Ich muss es nur einmal schaffen. Na, nur einmal ist gut. Aber das könnte ein bisschen dauern. Kommt. Ja, oder man... Ja, geil, Alter. Weißt du, mein... Mein... Mein Knie. Ich verstehe ja, wenn das... Wenn das beim Hals passiert. Aber doch nicht... Bei den Beinen. Oh. Traurige Existenz. No, das war aber ein richtig guter Ansatz. Die Frage ist... Geht das überhaupt, dass ich da so perfekt drauf lande? Weil selbst wenn ich darauf landen sollte... Müsste es doch eigentlich so sein, dass ich da nochmal... Hä, wie sagt man das? Mich nochmal abstoße vom Boden, oder nicht? Kann. Ja. Ha. Mit dem Trick geschafft. Ich werde zwar sterben, aber ich hab's... Ich hab's hingekriegt. Na, komm mal, die Konfetti rund hier. Geil. Oh, Flappy Bird. Ah, ja. Das war ja ein tolles Spiel. Oh, geil. Naja. Bin einfach... Ja, geil. Man kann die... Man kann die sogar berühren. Wow. Was eine Herausforderung. Ich mein, die Idee ist ja echt nett. Hier die Umsetzung. Aber... Ich glaub, das ist ein bisschen zu einfach im Leben. Ah, nee, warte mal. Ah, das ist die Herausforderung. Sobald du einmal irgendwo gegenkommst, hast du gar keinen Speed mehr. Aber, was passiert denn? Oh Gott. Wenn ich hier links gegenkomme, müsste ich dann nicht eigentlich wieder nach rechts gehen? Ja, na... Ja, doch. Würde ich schaffen, aber... Es würde dauern. Los. Ha. Ja, ich schaff das. Komm. Ein bisschen schneller noch. Ein bisschen. Ein bisschen. Alter, was geht denn ab hier? Hui. Nein, ich bin... Oh. Aber... Ich hab nur ein bisschen Geschwindigkeit. Ich hab's geschafft. Naja. Kann man machen. Auf jeden Fall eine relativ gute Umsetzung. Jenga. Was ist denn Jenga nochmal? Hä? Was geht denn ab? Warte mal, kenne ich Jenga nicht? Klar kenne ich Jenga. Behindert? Nein! Ah. Ah, okay. Also runterfallen und ich bin tot. Ist es denn schwer? Huuu. Ah, okay. Ja, okay. Wenn er sich so bewegt, dann könnte das echt etwas... Ja, genau. Hä? Was war das denn? Ich bleib einfach in der Mitte. Bringt mir nix, aber... Egal. Oh, cool, mein Reifen ist kaputt. Ja, geil. Geil. Okay. Also die Steine sollte man nicht unterschätzen. Ich scheine ein bisschen stark zu sein irgendwie im Leben. The fuck? Nein. Hilfe. Jenga, pass auf. Nein. Jenga, kraft an. Ah. Ja, geil. Hä? Dagegen konnte ich gar nix machen. Und ich habe jetzt irgendwie schon Lust, das zu beenden. Oh Gott. Oh Gott. Etwa. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Scheiße. So, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Komm schon. Komm schon. Bisschen. Bisschen. Ja. Oh. Oh. Oh, was geht denn ab? Ja, geil. Okay. Komm, komm, komm. Was ist denn los hier? Ich will da hoch. Da oben ist es viel sicherer. What the fuck? What the fuck? What the... Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich glaube, rechts war eh total der dumme Ansatz. Aber ich habe es da hinbekommen. Not an easy level. Für Jonathan Birken. Hä? Äh? Lol. Okay. Hey. Nein. Can you fly here? Oh, nee. Noch eine Zusatzherausforderung. Oh, shit. Okay. Komm. Nein. Komm, nochmal. Komm, nochmal. Komm, nochmal. Bisschen. Oh. Meine Beine hätten es, glaube ich, hingekriegt. Hey. Hey. Nein. Komm, 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 komm. Das war der richtige Einsatz. Ich bin einfach wieder am Anfang. Geil. Ah, geil. Ja, machbar ist es. Aber es würde einfach Jahre dauern. Bisschen weiter nach rechts. Bisschen weiter nach rechts. Oh. Hey. Ah. 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 Mann. Kannst du bitte... Oh, nee. Nee, komm. Da tu ich... Da tu ich mir nicht mehr an. Gut. Ich würde sagen, das war's. Wendet, wenn ihr ein paar bewerten würdet. Wir sehen uns dann. Morgen um 16.30 Uhr. Ach, äh, kleine Info. Die Parts, die TTT-Parts haben wir ein bisschen geleckt. Und das ist am Morgen überhaupt nicht mehr der Fall. Deswegen der heutige Part war ein bisschen länger, damit ich endlich dieses Rohmaterial, was ein bisschen kaputt ist, loswerde. Und jetzt gibt es Parts, die wieder normal sein sollten. Viel Spaß damit, Leute. Viel Spaß. Tschüss. Das ist rät. Bis zum nächsten. Untertitelung. BR 2018